Geschätzte Damen und Herren, wir freuen uns sehr, Sie zum diesjährigen Enterprise Risk Summit 2020 einladen zu dürfen. Aufgrund der sehr aktuellen Pandemiesituation haben wir uns entschieden, dieses Jahr den Anlass online durchzuführen. Erwarten Sie hochkarätige Referierende, die Ihnen näher bringen werden, was denn die aktuelle Pandemiesituation für Auswirkungen auf das Risikomanagement der Unternehmen haben wird. Sie werden auch lernen, welchen Beitrag Risikomanagerinnen und Risikomanager zur aktuellen Situation liefern können, welche Prozesse im Risikomanagement allenfalls auch von der Pandemiesituation nachhaltig verändert werden. Wir freuen uns, Sie zu diesem Anlass begrüssen zu dürfen und erwarten spannende Diskussionen mit Ihnen. Ja, es freut uns wirklich sehr, dass wir am 5. November in dieser Diskussionsrunde hochkarätige Referierende begrüssen dürfen. Zudem konnten wir die Leiter Risikomanagement der Inselgruppe und der Schweizerischen Post, Alexander Hilfbos und Dr. Daniel Imhof für ein Referat gewinnen. Wir bedanken uns bereits heute für den wertvollen Einsatz dieser Referierenden. Nutzen Sie die Gelegenheit und lassen Sie sich bequem von zu Hause aus über neue Risikomanagemententwicklungen inspirieren. Wir freuen uns sehr, Sie am 5. November 2020 online begrüssen zu dürfen. Anmelden können Sie sich gerne über den Link in der Beschreibung zu diesem Video. Wir freuen uns auf Sie!